In mehreren Episoden von Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft, wird das Thema Transhumanismus behandelt. Nicht alle wissen, was das ist und deswegen gibt es dieses Video hier. Was ist Transhumanismus in 90 Sekunden? Der Transhumanismus, das ist eine philosophische Denkrichtung mit VertreterInnen aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat und die vor allem in den letzten Jahrzehnten durch Fortschritte in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik, Digitalisierung und künstliche Intelligenz einen ziemlichen Auftrieb erfahren hat. Der Transhumanismus baut auf dem Humanismus als geistesgeschichtliche Grundlage auf und die Vorsilbe Trans, die steht dabei für eine Art Übergang zu einem neuen, veränderten Menschen mit verbesserten körperlichen und auch kognitiven Fähigkeiten. Der Transhumanismus, der folgt dabei einer Art Steigerungslogik, ihr habt es ja schon herausgehört und der sieht dabei den Übergang vom Menschen hin zum Posthumanen als eine Art natürliche Entwicklung, ähnlich einer Form des Erwachsenwerdens, weg vom Kindsein. Der Transhumanismus, der sieht den Körper eigentlich in letzter Instanz als eine Art Bürde an und auch das Altern ist für ihn eine zu überwindende Krankheit und er möchte den Menschen daher mithilfe von neuen Technologien, zum Beispiel eben Biotechnologie oder auch Genmanipulation, in seinen körperlichen und kognitiven Fähigkeiten so verändern, dass er länger lebt, sich besser erinnert und eine allgemein höhere Leistungsfähigkeit erlangt. KritikerInnen des Transhumanismus, die weisen daher darauf hin, dass er eigentlich eine unreflektierte Fortführung des humanistischen Ideals darstellt und den darin impliziten Beherrschungsgestus durch den Menschen nicht problematisiert. Wenn ihr mehr über den Transhumanismus und die, wie ich finde, berechtigte Kritik an dieser Denkschule erfahren möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel in Folge 23 von Future Histories mit Max F. J. Schnedger zu Transhumanistischer Mythologie oder auch in Folge 13 mit Julia Grillmeier über Transhumanismus, Posthumanismus und Kompost. Ihr findet alle Folgen auf www.futurehistories.today und natürlich hier im YouTube-Kanal, den ihr gerne abonnieren könnt und das Video hier mit einem Daumen hoch versehen. Bis dahin, ich freue mich! Bis dahin, ich freue mich! Bis dahin, ich freue mich! Tschüss! Bis dahin, ich freue mich! Bis dahin, ich freue mich! Bis dahin, ich freue mich! Schallmann hier vom